Wie oft kann ich auf Gegner schießen, ohne dass das funktioniert? Okay, wir haben das Gute. Wir können nicht nur Streams bleiben, sondern wir hören ihre Taktik. Wir schaffen das. Ja, aber da ich eh nur dumme Scheiße rede, das ist ja keine Taktik, okay? Ja, ich muss dann einfach das Gegenteil von dem denken, was du sagst. Ja, genau. Äh, was muss ich hier tun? Hallo? Äh, ich hab bohoff geklickt. Drückt einfach in die Mitte, ja? Bei Echo ungefähr. Äh, ich hab... Ah, ich weiß, wo du hingefickt hast. Ist alles gut. Okay, und ich nehm Exo mit. Dann wissen wir ja, okay, die sind bei Construction. Was, bei Construction? Wer ist eigentlich allein gespawnt? Bei Silos. Bei Silos? Ja, allein! Richtig! Wer war das wohl? Das eventuell wächst, der wieder nicht geblickt hat. Was geht, ey? Hä? Ich dachte, was ist da unten? Oh nein. Easy for ends. Easy for ends. Alter, da liegt Geld. Richtig geil. Warte, ich bin direkt vor dem, äh, Höhleneiger, ja? Warte, warum es nicht... Warum es nicht Case gibt? Alter, gleich gibt's Case Opening. Ich bin so irritiert. Was ist denn hier los? Ah, da ist ein Gegner. Oh Gott. Ist das ein Gegner oder bin das ich? Nein, 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 nein. Dich sehe ich ja. Also, den Tipp den ich euch so weit schon mal geben kann, wenn ihr wirklich denkt, dass einer von euch stirbt, dann sollte der andere in Deckung gehen, damit du halt den respawn abwarten kannst. Ja. Da ist ein Gegner direkt vor mir. Ja, ich weiß. Unter mir sogar, besser gesagt. Wir sollten hier weg. Oh, ich glaub vor uns sind Gegner. Aber da ist eine Waffe für uns. Über eins. Wir können ihn auch töten. Neibst du ihn gerade? Du könntest mir ja einfach helfen, aber... Ja, wo ist er denn? Wenn du mir halt nicht helfen willst, dann halt... Jetzt solltest du warten, bis sie respawnt. Ich hab items geht heben, Alter. Oh. Und ich bin gerestet. Warte mal, hat der nicht auch... Für die Frau gerecht. Ja, erst wenn Squadripe da steht, ist Ende. Äh, items da sind Gegner direkt vor mir. Zwei. Ah, keine Muni mehr, keine Muni mehr. Dann sollte Candy warten, bis du respawnst. Wohin, seid ihr schon raus? Oh scheiße, das sind Sandry. Die Sandry ist nicht so schlimm. Der kannst du sogar fast stehen dodgen. Ähm. Ja, hier ist übrigens keine Waffe drin gewesen. Ich kann da draufklicken und jetzt spawn ich bei dir. Ja. Oh, der sieht mich. Au. Das ist übrigens schlecht. Je öfter du stirbst, desto höher dein respawn. Ja, 20 Sekunden respawnzeit. Der ist übrigens 52. Gott. Hier schon, die werden sich am Ende einfach vercampen müssen. Ja, das macht man doch so, oder? Äh, hier ist ne Novavax. Oh, yes. Ja, hinter dir. Danke. Also schon. Ich werde von nem riesengroßen Bienenschwarm verfolgt. Das könnte sogar sein. Wir müssen aufpassen vor Leg Rune, der hat nen Squadripe gemacht. Der ist brutal. Oh, puh. Spawn mich halt auf dem Dach, du Baum. So, und weh. Da wurde einer gespawnt, dann müssen die das sein. Da ist Eilems. Oh. Das dauert jetzt, das kommt mit ner Drohne angeflogen. Du darfst am besten nicht in den Häusern stehen dann. Ah ja, super, danke. Die Drohne landet aber irgendwo davor, die sucht sie schon ihren Weg, aber... Ich hör direkt vor uns auf jeden Fall Gegner. Ja, ich komm. Oh, da sind zwei. Genau unter der Wand. Ich bin erfolgreich einmal auf die Straße gelaufen. Ich bin erfolgreich einmal auf die Straße gelaufen. Ja. Oh, soll ich die holen? Ja, gib ihm. Er hat nen Header gekriegt, der eine. Noch nen Header, der ist da. Oh. Da drüber ist ein. Warte, 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 warte. Ich krieg den, ich darf den. Oh, fuck. Ah, Molly. Candy. Nein, Molly. Kannst du bitte aufhören? Du solltest da weggehen Candy, sonst stirbst du jetzt. Oh. Oh. Ihr habt uns ausgelöst. Sorry Candy, ja. Ich wollte ja nicht, ja. Ich wollte dir helfen, den Typen aus der Deckung los. So, meine Maus geht manchmal einfach von alleine los. Aber danke fürs Geld. Gar kein Problem. Haben wir dir gern gebracht. Kein Ding. Da ist noch ne Waffe. Hier in dem Haus. Okay, ja. Warte ich, äh. Wo? In dem Haus hier drin. In dem linken. Achso. Irgendwo muss man da reinkommen. Oder drauf. Genau. Drauf liegen. Die hat nicht genug Geld, um die ganzen Türen zu bauen, glaub ich. Was denn, Exo? Also du siehst die Waffenkiste auf der Map, wenn du Tab drückst. Ah. Ist das neu? Nee. Cool. Nee. Das ist das Spiel hier die Waffenkiste zu finden, als die Marktabschlussprüfung zu machen, ey. Hast du sie gefunden? Ja klar. Nehmen wir ernst? Ich hab grad Gegner gehört, glaub ich. Ja. Hat nen Header bekommen. Sein Maid ist auch da. Hilfe mal. Ja, ich bin dabei. Warte. Der Maid ist grad abgehauen. Maid ist tot. Hab ich? Ja, sehr gut. Oh, das war ein Trickshot. Hm, will ich von der Shotgun weg wechseln, ist die große Frage. Nee. Die Shotgun ist es. Ja, aber nicht mehr im Endgame. Ist schon gar nix. Ich mein, kannst du nicht zwei Waffen mitnehmen? Ja, ne Pistole und ne Hauptwaffe, ja. Okay. Er hätte jetzt eigentlich nur, dass man zwei Primärwaffen mitnehmen kann. Schild wär noch gut. Weil irgendwie so ne Farmers wär nicht schlecht, ne? Ja, ne Farmers musst du kaufen oder ein Airdrop. Das Schlimmste, was passieren kann, ist Autosniper. Hab ich sie nicht gerade. Wir könnten uns hier einfach versuchen, dann die finalen Gegner anzuschleichen oder sowas von hinten, ne? Oh, Pro, nein. Nimm ich alles. Lucha. Du hast ne Shotgun, Alter, du. Du brauchst keine 500 Schuss. Ja, manchmal schon. Hier müsste ein Gegner sein in dem Feld jetzt. Also hier in dem Kasten sind Gegner. Oh, links. Boi. Ich hab noch eins. Der wird halt auf den Respawn von seinem Mate warten. Airdrop hinter uns. Ja. Hast du ihn gesehen oder? Ich weiß nicht. Du sollst mir recht geben. Da ist irgendwas... Das war ein bisschen enthusiastisch da. Das ist ein bisschen... Bei den Baumen, ja? Südwesten ist was runtergekommen. Gegner kommen aus Westen. Ne. Abgelogen. Aus Südost. Okay. Soll ich die P90 nehmen? Was meinst du? Da dürfte kaum Muni drin sein. Hm. Okay. Was haben wir denn Feines? Ne. Okay. Da gibt es ein Atem, so kennen die, dass die hier quasi den Baustein für was großes Glück haben. Hier, Westen Gegner. Sorry. Wax, hör auf hier rum zu hüpfen. Die hören dich über die ganze Map. Ja. Hier vor uns sind Gegner. Okay. Ich seh keinen Besuch. Ja, ich auch nicht. Aber da sind sie. 270. Einer low. Ja, ich seh. Warte ich. Einer down. Der ist rechts am Stein wahrscheinlich. Der ist links. Hab ich aber. Nice. Sehr gut. 7 Sekunden. 3 Enemies remaining. Ich glaube ich spaw jetzt mit nichts. Da kannst du hier spawnen. Hier ist alles mögliche. Alles klar. Sehr schön. Äh, außer die Zone kommt. Das ist natürlich kacke. Soll ich dich ja hin schon ein bisschen beeilen. Oh mein Gott. Ansonsten kann ich noch alles mögliche kaufen und tritt nicht auf die Mine. So, welche Mine und wo ist sie? Es gibt so ne, so ne Jump Mine ist da. Hast du noch irgendwas gefunden? Äh, nein. Ja, gleich da. Eine Minute. Ja, Mann. Die Dalloschisse Minute. Okay. Ich hab das bessere Upgrade gekauft für die Drohne. Ich kann genauer sagen, wo die Gegner sind. Also dann kannst du... schnell, äh... Farmers. Fürs Endgame. Ja, dann nimm dir hier die... Obwohl... Krieg ich da vielleicht noch ein Schild raus? Aber ich hab mein Ding nicht geupradet. Also vielleicht hätte ich bei was Lassers holen können. Alles gut, Che. Ich seh die Gegner. Lass mir dann mal die Muni... Das reicht. Warte, den Airdrop gratis können wir noch mitnehmen eigentlich. Hallo, was ist das für ne Ebay Drohne? Wer kommt die? Komm ran. Ja, Sekunde. Jordan auf den Weg. Wo ist der? Leise sein. Da. Muss nicht leise sein. Kein Gegner in der Nähe. Äh, es geht. Oh, der ist ganz hinter uns. Ich seh ihn ja. Links und hinter uns. Nein. Keine Sick? Wobei, doch. Die ist schon sick. Aber ich hab Geld ausgegeben für die Farmers. Ja, das ist ein großer Fehler. Ja. Hast ein paar Jump Runs jetzt? Natürlich, dafür ist der extra Job da. Hier, komm hoch. Achso, du hast den extra, dann lass mich hoch. Weil du kannst so hoch. Wait, hab ich noch einen? Duck dich! Achso, du hast den nicht. Du hast den nicht. Geh auf, du hast den extra nicht mehr. Bleib oben. Ja, keine Sorge. Guck Richtung Osten 100. Mhm. Warte, ich guck mal, ob ich den da rausbaiten kann. Die laufen weiter. Komm runter. Ein Team ist noch ein Duo. Ja, ich hab sie gesehen. Wir nähern uns jetzt langsam. Hast gesehen? Gehst du wen? Ja. Mit der AK schießt du nicht einfach so. Fabin. Oh! Einfach zerstört, ey. Ich glaub's nicht. Äh, Zone kommt gleich. Ja, ich bin auf dem Dach. Keine Sorge. Okay. Ja, endlich. Soll ich jetzt den letzten Kill haben? Du kannst sogar noch zwei haben, wenn du crazy bist. Sie kommen. Sie kommen. Ne 30. Ne 30. Ne 30. Okay. Ich glaub nicht hoch. Ne. Ne. Ne Scout. Ich hab ihm 203 Schaden gemacht. Ich hab die Scout vergessen. Ich hasse die Sniper im Modus. Beides deine. Einer Low. Okay. Wo waren die jetzt genau? Ne 30. Ich kann nicht Tab drücken. Du musst Tab drücken. Ne 30. Oh! Und links unten. Jawoll. Oh! Und der letzte kriegt eine Brontab. Ja, der war auch Low. Also, der war nice. Aber der, guck mal. 8 HP. Er hat 8 HP! Der war doch sick. Gutes Team. Alright. Ich bin da. Alter, wenn... Hätte ich mal mit dir... Dangerous. Oh, hi Dardosch. Halt's Maul, Mann. Ich muss mich hardcore carry'n, Alter. Hast du überhaupt nen Kill gemacht? Schön, dass du da bist. Boah. Schön. Keine Gnade gezeigt. Impressiv verschormen. Gerichte vorab diein. Ich bin da sein. Ich bin ungewö Literally mit Adaminger. ンリ